hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel billionär casino free slots und da bin ich mal gespannt ich weiß nicht ob ich das kenne ich habe ja schon mal das eine andere spiel gehabt casino spiel aber ich glaube das habe ich noch nicht gehabt muss ich erst verbinden hier kein problem verbinden ich darf ein reddog level 2 20 ich habe das doch schon gespielt ja und krieg ich Oh, ist doch nicht schlecht. Bam. Irgendwo wird mein Geld ausgezahlt. Ich habe 26 Millionen. Gar nicht. Schweinerei. Da war eine Werbung. Glaube ich. Oder nicht? Spiele. Da, 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 da. Wow, weißer Polen. Holen, holen, holen. Gratis los. Hm. Lobby. Dannius. Okay, okay. Haben wir gemacht. Jetzt, äh, ähm, am meisten spielen immer Amerikaner solche Spiele. Kommen bestimmt alle aus Las Vegas, die Ecke da. Aus Nevada. Ähm. Ähm. Level 32 muss ich hier sein. Level 32 muss ich hier sein. Level 32. Ich bin 22. Ein Tag geht das noch. Millionen, Millionen, Milliarden. Der wird wahrscheinlich geknackt, der Jackpot. Was laden wir uns runter? Ich schaue nochmal kurz ein bisschen weiter. Community. Äh, brauchen wir nicht. Shop. Brauchen wir auch nicht. 1, 1, 1. Das sind die. Das ist nur ein Tag und drei Stunden. Ich brauche drei Bälle. Sollen wir das als Tagesquest für uns nehmen? Hm. Das ist normales Slots Spiel. Andere Spiele. Äh, komm, nimm mal das. Kein Problem. Wir nehmen, äh, dann müssen wir nicht runterladen. Den hier. Das Beste für dich. Und. Spielen. Auto, gedrückt halten. Okay. Auto ist gestartet. Ein Ball. Zwei Ball. Zwei Ball. Zwei Bälle. Hm. Ah, schon voll. Ach, geht weiter. Okay. Yeah. Free Spin. 16. Wow. Wie viele Punkte sind das? 2,5 Millionen schon. 2,9 Millionen. 2,9 Millionen. Fünf Millionen. 6 Millionen 50.000. 6 Millionen. 6 Millionen 450.000. 6 Millionen 450.000. 7 Millionen 400.000. 9 Millionen 200.000. 6 Millionen 400.000. Und noch 10 Versuche. 10 Millionen. 350.000 11.700.000 14.250.000 Ach, das habe ich vorlesen. Ihr könnt es ja selber hier unten rechts lesen. Wo ist der Jackpot? Wo ist der Jackpot? Ich möchte die 284 Millionen haben. Aber das ist der Jackpot? Ja, auf dem Herbert. aber ich habe schon richtig gewinn gemacht ja ich bin schon mal 5 bis mir und noch einmal jawohl der nächste jetzt brauche ich 6 Bälle für 150.000 oh, neu spiel freigeschaltet BIPI Nächste Mal. Oh ja. Fünf Ringe. Fünf in einer Linie. Nehmen. Jawoll. Noch ein Ball und dann zieht man das nächste Spiel aus. Oh, und schon wieder mit. Jawoll. Jetzt haben wir die 6 voll und jetzt gehen wir woanders hin. Muss man das irgendwie wieder schließen. Einfach so schließen. Okay, jetzt müssen wir einmal kurz downloaden. Welches nehmen wir denn? Welches nehmen wir denn? Ah, hier darf ich noch gar nicht. Bin zu weit, bin zu weit. Bis dahin noch. Nächstes Level ist das hier schon. Da gibt es kein Gewinn in das Gemeinschafts-Shelter. Was ist denn das? Probieren wir mal aus. Okay, jetzt brauche ich 14 Bälle. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Einen haben wir schon mal. Ach, hier ist ein Shit-Rille. 25. Nehmen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was spiele ich jetzt? Mega Wind. Weißt du, nur 1,9 Millionen? Das ist doch kein Mega Wind. Da wäre das hier mehr Mega-Hawk Wind. Na egal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und schon wieder die 26. Kein Spiel. Ah, ich gebe denen jetzt auch Geld. Ah, ok. Und ich muss bis dahinten ankommen. Ah, ich gebe denen jetzt auch Geld. Ah, ok. Oh, mit 27. Also umso höher man kommt. Umso neuer die Spiele sind. Umso mehr Punkte kriegst du für Level Up. Big Wind. Oh, ja. Mega Wind. Das ist doch mega. 28 Millionen. Hallo. Ja. Bisschen. Ich schmeiß eine Runde. Ihr seid eingeladen. Oh. Nimm mal mit. Die Sonne ist untergegangen. Wie viele Bälle noch? Zwei. Dann gehen wir zum nächsten. Oh, neun und zwanzig. Du, neun und zwanzig. Du, neun und zwanzig. Du, neun und zwanzig. Okay, wir haben voll, wie wenn das Verlass noch voll richtig gut war. Ah, ich muss das noch. Oh, was ist das hier? Er ist bestimmt hier wegen der Pyramide gerade. Oder wegen, dass er nicht wegen der Pyramide ist, sondern wegen dem Weg, dass er ist. Einmal halt noch mal schnell fertig. Los, dann geht drei Fehler weiter. Fünf Nachrichten. Hallo. Hallo. Fünf Nachrichten. Fünf Nachrichten. Fünf Nachrichten. Fünf Nachrichten. Geht's da? Ich weiß nicht, dass du aufhören willst. Okay. Ist das jetzt eine Werbung? Nee, oder? Okidoki. Ach, schon wieder. Da wird erklärt, was man machen muss. Keine Zeit dafür. Ich finde das auch schon so herauf. War das alles? Ach, nochmal. Verstanden. Oh, shit. Oh, shit. Ja. Da sind nochmal 5 Nachrichten. Und das ist also neu, das war das mit den Häusern kaufen. Also ich brauche Türen für Cocktails. Straßenwalze. Ja, sowas tue ich noch nicht. Ich muss erstmal das folgten. Slots. Warte, das Spiel ist jetzt schon vorbei. Ne, da ist es doch. 58 bräuchte ich jetzt. Verrückt, wie soll ich denn das schaffen? Wir gehen trotzdem einmal kurz rauf. Ich wollte jetzt das letzte Spiel nehmen. Schau mal, wie schnell man da levelt. 35, 33, da ist der hier dann. Oh, wie cute. 1,5 Millionen, eine Runde. Boah, ich glaube ich bin ja richtig schnell pleite dann. Hm, 3000. 33. 33. So schnell verliere ich nur mein Geld. Wow. Nichts. 600.000. Ich bezahle 1,5 für eine Runde. Und dann kriegt ihr so wenig. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. 3 Millionen. Wenigstens wird fast. Ok. Super! Hat mich direkt dort hingeschickt, das ist ja cool und wieder starten, aufholen, ne warte mal, hab ja wieder zwei Level gehabt und kann ich dann zwei Level weiter gehen, zack, zack. Einsatz 1,5 Millionen. Okay. 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 Und wieder ein Level-Up. Jawohl. Free Spiel. Freie Runde. Big win. Magic. Boah, 30 Millionen, 33 Millionen. Ja sicher. 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 gerne einmal aushalten lassen und drei in einer reihe auf kein nein okay ich würde mal sagen das war's für heute aber genug gesehen sehr schönes spiel wenn man da einmal gewinnt dann noch mal zwei Lotteriespieler zack und 20 Millionen leider nicht gut dann beenden wir das Spiel ne geht es doch nicht so ein Ben dann so ich sage doch mal Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr bedenkt, dass ihr dabei seid bis dahin wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao